hallo und herzlich willkommen mein lieben freunde ja hier zu transport über zwei wie ihr seht ich bin wieder da ja meine 97 tage an bord sind rum 97 tage verbracht an bord und jetzt ist es wieder schön zu hause sein das spielstand funktioniert noch wie ihr seht alles tippitoppi meine letzten folgen sind ja auch recht gut angekommen hier was die refinerie betrifft kann man kurz einmal hinfliegen da ist natürlich jetzt auch nicht viel mehr passiert als ihr sowieso schon kennt was mir natürlich noch eingefallen ist was ich noch machen möchte ist natürlich noch ein hafen ölhafen klaren schiffe kommt noch und ja primär werde ich mich natürlich jetzt erstmal wieder die nächsten zwei monate nur um diesen spielstand hier kümmern ihr wisst alle tpf2 ist im anmarsch wann es kommt wissen wir ja alle noch nicht so genau irgendwann in diesem quartal denke mal im dezember dann werde ich wahrscheinlich schon wieder auf dem schiff sein aber müssen wir mal gucken was bis dahin so möglich ist ja am montag wird eine folge kommen morgen schaffe ich nicht ich bin heute erst nach hause kommen am 28 september und ja ich werde jetzt auch umziehen in meine eigene wohnung und umzug ist am 3 oktober geplant internet liegt alle schon alles schon bereit müssen mal gucken was dann letztendlich bei mir ankommt ist ein bisschen sie aus dorf 16.000 da kommt nur an aber die telekom bietet so ein hybrid vertrag an dann noch mal 50.000 über lte on top also sprich eine 66.000 anleitung 40 mbit upload das ist soweit eigentlich ganz gut so mal gucken was dann wie das nachher am ende dann wirklich funktioniert folgen wird es auf jeden fall geben leisten müssen wir mal gucken wie das dann mit der bandbreite funktioniert ja meine freunde ansonsten sollte das eigentlich nur ein kurzes info video sein dass ich wieder da bin das ist jetzt hier mit der season weitergeht die letzten folgen ja wie schon gerade gesagt sind ja gut angekommen und ja dann würde ich sagen sehen wir uns am montag wieder uhrzeit kann ich jetzt noch nicht genau sagen ich denke mal so 12 oder 14 uhr und da müssen wir mal gucken wie regelmäßig das jetzt erstmal geht wenn ich jetzt umziehe computer abbauen etc ist das dann wieder losgeht ich denke aber mal dass ich spätestens irgendwie ab nächsten wochenende wieder produzieren kann und ja dann würde ich mich freuen wenn ihr wieder einschalten würdet ist dahin haut rein meine freunde danke dass ihr mich die letzten drei monate auch wieder so gut unterstützt hat hat spaß gemacht zu sehen dass die videos auch schön geklickt werden und ich viele likes bekommen habe danke dafür und ja dann bis spätestens montag haut rein